Schönen guten Abend, liebe Gruppenreisefreunde, ich grüße Sie ganz herzlich heute aus Krumau und ich möchte diesmal Ihnen eine der schönsten Städte Tschechiens etwas anders zeigen. Krumau, Weihnacht. Folgen Sie mir. Krumau, Weihnacht. Wir haben für Sie und Ihre Gruppen in Krumau zwei Partner Hotels. Das Hotel Rouge mit fünf Sternen und das nagelneu renovierte Hotel Old Inn. Ein vier Sterne Haus direkt auf dem Hauptmarktplatz. Das Hotel Old Inn wurde vor zwei Jahren stilvoll renoviert und bietet 52 Zimmer in drei Kategorien. Alle Zimmer im Hotel sind identisch ausgestattet, sind natürlich nur von verschiedener Größe, denn es ein historisches Haus ist. Überall in den Bädern sind die Duschecken. Im nagelneu renovierten Restaurant wird Buffettfrühstück aufgebaut, sowie natürlich auch das Abendessen bzw. Mittagessen serviert. Wenn Sie möchten, können Sie das Frühstück direkt auf der Terrasse auf dem Hauptmarktplatz genießen. Das Hotel Old Inn befindet sich direkt im Stadtzentrum. Das heißt, man darf nicht mit einem Reisebus direkt zum Hotel anfahren. Aber wir haben kleine Shuttlebusse, die ihre Gäste zum Hotel bringen können. Und natürlich bringen dann die Koffer von den Gästen vom Busparkplatz zum Hotel.